Herzlich Willkommen zum diesjährigen BankingCheck Award. Bereits zum zweiten Mal wird der BankingCheck Award für die besten Finanzprodukte sowie Banken und Anbieter des Jahres vergeben. Seit Ende Juni 2013 hatten mehr als 20 Banken und Finanzdienstleister aktiv an der Aktion teilgenommen und ihre Kunden zur Bewertung eingeladen. Bis zum Aktionsende am 30.09.2013 haben Kunden mehr als 4.000 Bewertungen abgegeben und ihrer Bank zu einem der BankingCheck Awards verholfen. Ich glaube eine große Innovation ist sicherlich über alle Kanäle erreichbar zu sein. Ja und wer dachte das war es schon im Bereich Online Broker, der hat sich auch hier getäuscht. Also es gab auch hier einen Putt im positiven Sinn und wir haben eben einen zweiten, ersten Platz. Wir machen es jetzt nicht ganz so spannend. Genau, das ist Lynx Broker. Herzlichen Glückwunsch. Herr Schulz ist schon auf dem Weg, hatte einen kurzen Weg. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Auch hier können wir noch mal ein bisschen was dazu sagen, gesamt Bewertung von 5,6 von 6,0. Bei 25 Bewertungen, das war der erste Platz dafür. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Meinungen und Erfahrungen, sowie Banken, Anbietern und Finanzdienstleistern, für ihre Teilnahme beim BankingCheck Award 2013. Wir freuen uns auf den nächsten BankingCheck Award in 2014. Wir freuen uns auf den nächsten Mal.